hallo ich bin frank von littlejohnbikes heute möchte ich euch ein e-mountainbike präsentieren von highbike das full 7 4.0 mit einem leistungsstarken jamaha motor mit 70 newtonmeter und mit einem großen akku das heißt mit 500 wattstunden wo wir natürlich eine sehr große kapazität haben über das jamaha display haben wir die möglichkeiten unsere stufen einzustellen vom eco modus über den standard modus bis hin zum high modus wo der motor die ganzen 70 newtonmeter kraftvoll mit zuarbeitet dazu haben wir auf dem display noch stehen unsere reichweite wie viel kilometer komme ich in der jeweiligen unterstützungsstufe wie viel kapazität ist noch vorhanden und natürlich auch die kmh und akku anzeige wie schon erwähnt haben wir ein voll gefedertes e-mountainbike das heißt wir haben vorne eine rockshox federgabel verbaut mit 120 mm federweg und auch die möglichkeit über das air luftsystem und sie federgabel passend einzustellen dazu gehöre ich hinten auch wieder ein rockshox dämpfer auch mit 120 mm federweg den wir natürlich auch wieder über luftkammern einstellen können bei beiden besteht auch die möglichkeiten über die lockout funktion zu gehen um auch die gabel oder den dämpfer zu sperren wenn er mal nicht benötigt wird was gibt es noch für technische sachen kleine highlights ich denke mal die schaltung ist ganz interessant für viele wir haben hier zwei mal zehn von shimano deore verbaut das heißt man hat doch mal die möglichkeit vorne über zwei kettenblätter zu gehen je nachdem wo bewege ich mich in welchem gelände gerade bei bergauffahrten kann man das etwas kleinere kettenblatt nutzen und bei langen strecken doch mal sagen ich halte auf das große kettenblatt um natürlich die maximale kraft auch hier mit wenig unterstützung rauszuholen ein weiteres highlight ist die notwendigkeit von dem full seven das heißt 27 halb zoll ist sehr rollfreudig wir sind sehr spritzig unterwegs und was auch natürlich sehr wichtig ist wie komme ich zum stehen das heißt hier ist eine shimano bremse verbaut vorne 180er hinten auch eine 180er bremscheibe das heißt optimale bremskraft somit können wir jeden hindernis standhalten und natürlich auch ordentlich abbremsen wenn ich eure interesse geweckt habe mit diesem leistungsstarken fahrrad kommt zu littlejombikes in unsere filialen ihr habt die möglichkeit das radl probe zu fahren zu testen und natürlich auch bei uns käuflich zu erwerben ansonsten danke und bis bald euer frank euer littlejombikes team